Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria und es wird jetzt auch schon langsam Nacht. Und ich suche jetzt gerade noch ein bisschen Chlorophyt, damit ich diese Munition machen kann, falls ich noch welches finde. Ach, wo war denn das? Typisch, Tyba. Ich muss ja auf der Karte nachgucken, ne? Das zeigt's ja an. Ah, die Habune lege ich auch mal raus irgendwie, die brauche ich nicht. Habune! So. Iron Maiden. So, wir laufen jetzt mal einen Iron Man. Wir laufen den einfach ab. Wir fahren nicht mit dem Fahrrad, sondern laufen den. Weil es nicht sowieso mitlaufen. Hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Seelen der Nacht, Seelen des Lichts und Seelen des Flugs haben wir. Äh, ich probiere gerade noch oben bei der Werkbank ein paar Items zu verbinden. Hübsch. Kann man das nicht irgendwo einsehen, was man verbinden kann? Im Wiki halt. Ach man, ey, hab ich's keinen Bock. Bei welchem Teil war das? Tinum. Felsblocken einfach. Ah, okay. Da, Null. Hier ist Chlorophyt. Chloro. Ich muss nach unten gehen, dann beim großen Haum, bei dem Häuschen links. Okay. Ein richtiges Navi. Hier einfach durchgehend irgendwelche Sterbgeräusche. Bei welchem Teil kann man die Sachen nochmal verbinden? War das bei diesem Bücherregal oder? Bei, ähm, neben der Tüftler-Werkbank. Ja, geil, hab ich hier irgendwas reingenommen. Und die steht... Kann ich noch gar nicht abbauen. ...die steht im unteren Teil deiner Eichel. Also, ich mein, nicht von deinem ganzen Kox. Ja, ja, in der Eichel. Also im unteren. Ja. Ja, gut. Entschuldigung, aber ich kann's nicht anders ausdrücken. Äh, Raffi, ich hab noch was für dich. Ja. Schmeiß rüber. Geht das jetzt? Das war hier. Kann ich echt nichts verbinden? Das ist schon eine Plattform einfach. Ja, ich zieh mich geradeaus. Guck bitte nicht hin. Äh, ich brauch noch einen gescheiten Mana-Trank. Moment. Dann hab ich nämlich auch dieses Teil, was automatisch Mana für dich einnimmt. Geil. Wo war denn das? Wo war denn das? Boah, jetzt brauch ich einfach noch schwächere Mana-Tränke. Ja, geil, ich hab alles ausgezogen und ich kann nichts verbinden. Ich bin doch richtig hier, oder? An der Werkbank. Ey, guck dir mal an, wie ich jetzt aussehe. Ich sehe einfach so aus wie eine Biene ohne Flügel. Ähm. Ja, Samuel aka Louis aka Heinrich. Verkauft mir jetzt was. Hier halt Tränke. Ach, da kann man. Ah, das ist ja geil. Watt, das ist ja geil. So. Ich war ein Banner. Ach, Blutmund. Verderbenshäschen. Ähm. Und jetzt können Zombies doch auch, ja, jetzt können Zombies auch die Türen aufmachen, unsere NPCs sterben, ne? Find ich gut. Liken. Hast du einen glühenden Pilz? Keine Ahnung. Mal machen. Scheiße, denn hat er jetzt hier. Ich mach jetzt noch diese Mana-Blume. So. Der Mana-Trank. So. Ey, komm mal, komm mal, komm mal, du siehst du mal einen Luftballon, oder? So, warte, ich hab was für dich. Warte, du, ja, du siehst doch mal einen Luftballon, ne? Ja. Boom. Man kann die Items auf, äh, Invisible stellen, genau wie hier die Flügel, guck. Ah, das geht. Ah ja, hier. Guck. Sind die Flügel weg eigentlich, aber ich kann trotzdem rumfliegen. Ist auch ganz cool. Aber ich lass die mal auch nicht, finde ich ganz cool, die Flügel. So, dann kannst du halt die ganze Scheiße ausstellen. So, was hast du mir jetzt gegeben? Die, ähm, äh, Mana-Blume. Ähm. Okay. Alter, ich, ich, ich bin gerade überfordert. So. Weg. Was geht denn jetzt ab? Sind's überhaupt schon Nacht? Boah, geh ich mir dieser Wache ab, ne? Sollten wir die Bosse an dich lieber später beschwören, wenn jetzt Blutmond ist? Hm? Sollten wir die Bosse an dich lieber später beschwören, wenn jetzt Blutmond ist? Können wir jetzt auch machen, das macht ja keinen wirklich großen Unterschied. Meinst du? Ja. Räumtel? Oh, dir geht ja richtig Gangbang ab. Geil. So, dann schmeiß ich die mir rein und... Wie der NPC einfach zu mir flüchtet. Ja. Das ist auch kaputt. Jetzt ist er tot. Ah, hier. Reduzierte Mana-Nutzung bei Bedarfautomach. Sie sind einfach alle sterben. So. Ach man, kann man das mit irgendwas kombinieren? Ich hab so viel Zeug, ich will davon nichts ablegen. Dann halt so, ey. Es tut mir immer so leid, wenn ich... Jetzt ist es so traurig, dass man nur so wenig ausrüsten kann. So. Nein! Ich bin das richtig traurig. Er hat Heinrich getötet. Ja. Hat er verdient. Aka Louis, Aka... Wie kann man nur Heinrich sein? Reißen. Nein. Erstmal Zuschauer bleidigen. Warum bist du Heinrich? Schäme dich. Schäme dich, dass deine Eltern dich so genannt haben. Danke. Mann, ich will nicht, dass die die Türen kaputt machen. Ich hab ein Buchstaben falsch und schon erkennt das Wiki meinen Suchbegriff nicht. Werzerstörer. So, Moment. Ja, jetzt können wir ihn echt mal beschwören. Mechanischer Wurm. Was braucht man denn dafür? Eisen. Bild der Nacht. Okay, wir könnten es... Ja, komm, fick dich. Ich hole jetzt einfach das Item raus. Ja, ich bin schon an der Arena. Wo steht denn der Mond? Gerade. Sieht relativ hell aus, deswegen. Müsste aber noch zören. Glaube ich. Es ist noch nacht. Okay, der ist gerade... Nicht mal ganz oben. Okay, den müssen wir nicht schaffen, hoffentlich. Dann bald ich. Zumindest von der Zeit her müsste es reichen. Alter, die ganzen Viecher hier. Alter, es geht jetzt ab. Bist du an der Arena? Yes. Ja, okay. Oh Gott. Sollten wir uns nicht mal erst die Sachen einwerfen? Ja, wirft mal dieses... Ja, hab ich. Hab ich eben. Alter, schnell. Ja, genau. Ich treffe nichts. Los, Pisse. Los. Los. Es hat richtig geil, weil ich dauerhaft gerade Leben dazu kriege, weil... ist halt echt schon gut. Ich habe echt gerade viel Schaden mit dem Teil. Und die Sonden kriege ich auch alle... Alter, das Alten ist ja richtig geil. Guck mal, wie ich die Sonden wegplatsche. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier. Immer die Kugel noch. Oh Gott. Geil, ich bin mittendrin. Wenn ich ein wenig Leben hat, sollten wir warten, bis der Kopf oben ist, ne? Weil ja sonst die ganze Scheiße unter der Erde ist worden. Achso. Ja, ich bin gerade geschorben. Das ist schon cool. Aber ja, ich war auch mittendrin. Aber mach weiter, wir sind schon gut dabei. Wir haben ihm jetzt schon ziemlich viel Schaden gemacht. Ja. In richtig kurzer Zeit, wirklich. Ich habe ja vorhin... Er hatte... Letztes Mal haben wir viel länger gebraucht, um ihm den gleichen Schaden zu machen. Das ist echt gut gerade. Liegt auch hauptsächlich an meinem... Ja, an deinem Pissstab. Weil der einfach die... Rüstung so dermaßen runterkloppt. So, bin wieder am Leben. Und das ganze Teil ja nur aus Rüstung besteht, aber trotzdem. So, ich halte mich gerade mal bei der Alten. So, bin wieder voll. Ja, komm mal schnell. Ja, und ich schmeiß mir jetzt auch nochmal... Ich habe mich einfach reingekesselt. Ach, fick dich doch. So, und ich habe mir wieder das Zeug eingeworfen. So. Ich habe mir wieder die... Oh, ich bin halbtot. Ja, ich bin... Ich bin da. Alter, werf dir irgendwas ein. Noch einschäuben, ich bin tot. Und ich bin... Genau, genau. Alter, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich fick dich so. Alter! Okay. Raffi? Lehm habe ich noch. Achso, ich habe noch 200. Ich habe gerade schon gedacht. Ich dachte schon, ich sterbe. Okay. Sag mir, wenn du wieder lebst, ne? Ach, ich habe... Der tötet jetzt einfach mal. Warum greift jetzt mich an? Alter, du lebst wieder gut. Morrowers Lane. Warum greift jetzt mich wieder an? Ja, dann komm hierher. Komm hierher. Ich konnte nicht. Der war mein... Der war meine Eichel. Lebst du noch? Alter, du bist tot. Ja. Nein! Ich bin auch fast tot. Ich habe fast kein Leben mehr. Schön. Ist jetzt wieder weg? Ja. Ach, wie schön. Ich will immer noch die Augen erledigen. Boah, wenn der jetzt nicht immer eine Eichel gespawnt wäre. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich verstehe das aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ich war ja da. Ich war in der Arena. Hä? Ist es noch Nacht? Ja, aber ich würde lieber die Augen machen. Das sind die Chancen. Ist es gut, dass wir die mal erledigen. Ja, eben. Das wollte ich jetzt machen. Wir haben ja eh keinen... Ja, mach sofort. Mach sofort. Ich weiß nicht, wie lange die Nacht jetzt noch geht, aber... Oder? Egal. Wir können ja auch einfach jetzt. Wir können ja die Tante nochmal bauen. Ja... Ja, dann mach. Aber baldig. Guck mal, wo steht der Mond? Der steht. Ich bin gar nicht mehr. It's standing still. Boah, ich hasse die Nacht, ey. Dass die so kurz ist. Das ist richtig nervig. Okay. Okay. Alle an. Pissen, so. Alter, wo ist meine Maus? Alter, ich krieg gleich Akkus. Ach nee, ich hab gewechselt. Ich hab gewechselt. Wenn ich mal meine Maus sehen würde, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Dann wäre das vielleicht unnützlicher. Was spawnen... Was kriegen wir von denen nochmal nützlichers? Äh, Seelen und... Seelen der Einsicht und Käpt'n Einsicht. Ich hab's nicht mal gemerkt, Mann. Tut mir leid. Ich hab's jetzt gerade echt nicht realisiert. Malografie. Na, ist ja nicht meine Schuld. So. Einfach jedes Mal sagen, ist nicht meine Schuld. So, wenn du jetzt noch ein bisschen ausgehörst. Du hast noch 150 Leben. Ich würd mal was einnehmen. Ah, drück H, drück H. Alter, nein. Oh, das war... Nein, nein, nein. Komm von links. Ja, ich leb wieder. Gott sei Dank. Ich beeil mich vielleicht. Vielleicht. So, wieder full health. Was ist? Heil dich. Komm mal. Heil dich. 3, 2, 1. Heil dich. Wir sollten uns echt mal bessere Heiltränke machen, ne? Ja, ach was. Das ist auch schon gemerkt. Ich glaub, wieso ich immer so scheiß am Frecken bin. Weil du schlecht bist. Ja, das ist eher zweitrangig. Alter, ja genau. Spawn halt direkt drin. Mach mal was Rutscheiben. Warte mal. Ah, es wird aber schon wieder Tag, Mann. Das kriegen wir niemals hin. Okay. Wieder an den Pissen. Bist fast tot, ne? Ey, was hab ich jetzt geworfen? Keine Ahnung. Pass bloß auf. So. Ich frecke hier grad mal. Ah, okay. Nein. Alter, pass auf, Mann, ne? Will, du verreckst mir hier, ey. Nur ich da verrecken. Ja, dein Piss. Wir kriegen weg. Dein Pissstab. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh, das ist so ein Kank. Ich hasse das Spiel gerade dafür, weißt du? Es war so klar, dass wir es nicht hinkriegen. Wir müssen ja am Anfang der Nacht beschwören. Ach man, dann machen wir es halt nächstes Mal. Kannst du das Beschwerer-Item schon mal machen, dass wir die nächstes Mal holen, wenn wir... Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Ja, für die war das ja relativ simpel. Okay. Oh. Das tut mir jetzt gerade echt im Herzen weh, muss ich sagen. Mir nicht. Geil, ich werde erstmal wieder zugespampt. Okay, jetzt mit dem Zerstörer. Das war echt Pech. Scheiß Zerstörer-Fiech. Geil. Fick dich. Ich finde, ich wollte noch Heiltränken suchen. Warte mal. Heiltrank. Okay. Geil, die sind alle fast verreckt hier. Heiltrank. Ach, da oben ist er noch in dem Molenaltar. Hä? Warum habe ich den übersehen? Ja, ich bin scheiße. Also im Endeffekt musst du doch den Zerstörer zerstören, dass du die Terra-Klinge hast. Ja. Mit der kannst du dann auch alles da ficken, ne? Ja. Ja, Mann, ey. Ne. Wir können, wir können das Beschwörer-Item für den Zerstörer nicht bauen. Das müssen wir uns also cheaten. Ja. Das wollte ich gerade wieder diskriminieren. Haben wir nicht noch eins da? Ne. Haben wir nur noch zweimal den Skeleton Prime. Aber ich weiß, wie wir große Heiltränke machen. Wir brauchen Elfenstaub und Kristallscherben für. Ja, dann können wir ja welche machen. Also wenn wir die Items haben. Ja, wir brauchen nur noch Elfenstaub. Kristallscherben kann ich schnell holen ein paar. Kannst schon mal ins Heilige Gebiet gehen und die holen vielleicht. Äh, Elfenstaub heißt das Zeug? Ja, von den Pixies. Und das wird gedroppt. Ja, von den Pixies. Drop the base. Ähm. Ach, Mann. Achso, der ist ja gestorben gewesen. Hä, hier liegt noch ein Hut rum. Wenn du willst. Der ist nicht gestorben. Roter Hu, hä? Ich habe einen roten Hut bekommen. Ausrüstbar. It smells funny. Okay. Na, wieder jemand gekifft oder was? Was habe ich denn hier? Hä, eine K.O. Cannon habe ich. Hä, was ist das denn? Hä? Warte mal, woher bekommt man die nochmal? Wie geil. Ey, komm mal her, was ich gerade gefunden habe. Ich weiß, wie die aussieht. Da kommt so ein Boxhandschuh raus, ne? Äh, Mann. Wo bist du? Witte. Woher bekommt man die nochmal? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich hatte die auf einmal. Das war für mich nur groß. Ja, aber hä? Ich hatte die jetzt auf einmal. Ich hatte die davor gar nicht. Oh, keinen Tag. Und mit dieser offenen Frage würde ich sagen, wenn wir die Episode... Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches... Tschüssi. Tschüss.